Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bedanken uns recht herzlich bei unserem geschätzten Kollegen und Mitbewerber Michi für diese musikalische Anekdote, die wir Ihnen aus sozial-ökologischen Gründen heute hier vortragen werden. Sie freut sich schon so auf ihn. Sie macht sich nur für ihn schön. Sie schaut keinen anderen an. Sie lässt keinen an sich ran. Und sie bleibt bis früh um vier und sie hofft, der kommt zu ihr. Doch sie geht allein nach Haus, wie jedes Mal. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt in die Nacht und freut sich mit ihm fort. Sie kennt jeden Song und stellt sich ins Licht. Er sieht verdammt gut aus. Er heizt die Stimmung auf. Er, er ist ihr Weekend-Star. Er ist ihr zum Greifen-Mach. Und dann spielt er dieses Lied. Und dem Liebe wieder siegt. Und er dämmt das Disco-Licht und sieht sie nicht. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt in die Nacht und träumt sich mit ihm fort. Sie kennt jeden Song und stellt sich ins Licht. Sie liebt den DJ. Doch er sieht sie nicht. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt in die Nacht und träumt sich mit ihm fort. Sie kennt jeden Song und stellt sich mit ihm fort. Die Weltklasse. Und er sieht sie nicht. Und er sieht sie nicht.